Ich weiß natürlich, wie ich das jetzt gemacht habe, der hat mehr oder viel. Sollen wir mal hinter, um die Mädels zu schauen, was er sich so genannt hat? Andi! Andi, wie geht's dir? Ja, danke. Mir geht's sicher. Das ist gut. Andi, du bist groß geworden bei uns im Musikantenstall. Ja. Aber die wenigsten Leute wissen natürlich, die hat's gut auch schon gegeben. Und wie ein Zeiser, da hast du ja eigentlich für die erste Aufklärung bekommen. Ja, so Aufklärung wird ja schon kennen. Das wollte ich jetzt nicht helfen, oder? Super. Andi, als Abschluss jetzt. Ich habe mir vorgestellt, du bist ja ein Steirer. Du kennst sicher diesen steirischen Brauch. Kennst du das? So muss er so etwas wie ein Übriger sein, vielleicht? Ja. Gut, wenn ich dich vorstelle, sind wir was, oder? Mit mir, wir zwar. Mit dir und mit einer Begleitung von unserer Super-Toll. Gert ihr sieben? Wolfgang Lindauig. Ein Wahnsinn. Lachen und Fahrzeug. Ja, wunderbar! Probier Sieben! Ja, ich bin die Sekle! So einen Moment, wo man sagt? Na, wo ist sie denn? Andi? Ja, Andi. Aber du musst noch etwas entwerfen. Ja, ich geklacht. Tschüss. Wir sind ja im tiefsten Burg und das ist wichtig. Du nimmst mir das Wort, was du nimmst. Ich wollte es dir gerade vorstellen. Was denn? Wirklich? Damit habe ich meinen Staatsan. Wir singen natürlich jetzt seit steirisch. Wir machen meinen Staatsan. Schaffen wir das? Ich meine, ich habe einen Vieh. Ich fange nicht an. Das heißt nicht der steirische, sondern der kroatische. Haltsteine. 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 Andi. Immer los. Hier ist einfach meine erste Strophe. Endspass. So. Er wird es nicht sein. Seht's Leil, das ist heute ein Haltsteiner Brauch. Haltsteine Brauch. Haltsteine. 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 Oh, das ist unser Schöpfer, unser Schöpfer, meine Damen und Herren, das ist jetzt nicht so einfach. Ihr Steirer, werfen Sie sagen, wir sind hier in der tiefsten Grobe Odei, Horan Stein, Kollege. Also, du bist der. Ich habe mich natürlich informiert, bevor ich herkommend bin. Jetzt habe ich jetzt schon anabiert. Aber natürlich habe ich jetzt in der Wirtschaft umgekehrt, was alles passiert ist in den letzten Jahren. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Mir machen Sie dort Spaß. Ich versuch's jetzt einfach an alle. BAM 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 BAM. Also, wenn sie jetzt so weit lang zufrieden werden. Die Susi ist neidekappelmasterin, oh la 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 la. Jetzt steht's davor, wenn ich nicht mehr mit ihm trinke. Oh, Ladrio! Seit zwei Jahren, des ist auch der Wunscher. Oh, Ladrio! Fix! Oh, Ladrio! Oh, Ladrio! Oh, Ladrio! Fix! Oh, Ladrio! Oh, Ladrio! Oh, Ladrio! So, jetzt haben wir gerne wieder ein bisschen Unterstützung. Entschuldigung, mein Fassioren, so einfach ist das nicht. Am Mikrofon! Andi Borg! So, jetzt machen wir das einfach. Mein Forder ist Schuster und Schuster bin ich. Oh, Ladrio! Oh, Ladrio! Er macht die Schuhe und Schuster drühe. Oh, Ladrio! Jetzt witzig! gemeinsam. B sortir! Oh, Ladrio! Jetzt witzig! Und ein Boxxer! in r!!! Und ein pledge,見 man. Entschuldigung,ikkur. Entschuldigung, Spaß! Der Grasverkehr ist ja im Sommer schon schön. Pornadrio! Im Winter! An der Wind kommt es jetzt gut. Pornadrio! 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 Fies! Pornadrio! 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 Fies! Was? Pornadrio! Dopier malzineinander! Pornadrio! Pornadrio! Hörnis República. Achloche. Charles Háls? So, Andi, was dürfen wir in nächster Zeit erwarten? Das ist schon zu Ende. In nächster Zeit dürfen wir noch eine Strophe erwarten. Willst du eine her? Jetzt wird es wirklich warm. Hoor, Mario. Das war's für heute. Vielen Dank, Tim. Das war's für uns. Das war's für uns.